Das Besondere an der stetigen Gleichverteilung ist, dass jedes Teilintervall von AB genau dann die gleiche Wahrscheinlichkeit hat, wenn es gleich lang ist. Das ist gleichbedeutend damit, dass innerhalb des Intervalls AB eine konstante Dichtefunktion vorliegt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion, oder wie ich es auch gerne manchmal aus Spaß nenne, die Wahrscheinlichkeitswolke, ist gleich 1 durch B minus A, wenn wir uns innerhalb des Intervalls AB befinden und 0 in allen anderen Fällen. Das ist auch logisch, denn wenn die hier konstant ist, dann müssen wir außerhalb dieses Intervalls auf 0 abfallen, denn ansonsten hätten wir einen unendlich großen Bereich und das Integral von minusunendlich bis plusunendlich muss ja gleich 100% ergeben. Und ich kann nur dann auf diesen endlichen Wert 1 kommen, wenn ich, naja, das irgendwo abschneide, in diesem Fall bei A und B, und wenn es dort konstant sein muss, dann muss die Dichte 1 durch B minus A sein, denn diese Funktion integriert nach T und dann Grenzen eingesetzt von A bis B ergibt eben nur genau dann 100%, wenn die Konstante so hier aussieht. Spannend wird das Ganze aber auch bei der Verteilungsfunktion, das bedeutet bei der per Definition aufsummierten Wahrscheinlichkeit von minusunendlich bis zu dem Wert hin, der hier in der Klammer steht. Und wir können diese Verteilungsfunktion aus der Dichte berechnen, wenn es sich um eine integrierbare Dichte handelt. Dann können wir sie integrieren von minusunendlich bis zu diesem Wert hin, denn die Fläche unter der Dichte entspricht hier der Verteilungsfunktion. Dabei müssen wir nur kurz aufpassen, weil wir ja drei verschiedene Szenarien haben bei unserer Dichtefunktion. Einmal könnte sich der Wert, bis zu dem wir hin integrieren, unterhalb von A befinden. Einmal könnte er sich zwischen A und B befinden und einmal könnte er sich oberhalb von B befinden. Unterhalb von A integrieren wir die Funktion 0, zwischen A und B integrieren wir die Funktion 1 durch B minus A und oberhalb integrieren wir wieder die Funktion 0. Das heißt, wenn wir jetzt dieses Integral hier bilden, von minusunendlich bis zu einem x-Wert hin, der unterhalb von A liegt, also bis hier hin zum Beispiel, dann würden wir die ganze Zeit nur die Nullfunktion integrieren. Demzufolge bekommen wir auch nichts anderes als 0 bei raus, wenn das x wirklich kleiner ist als A. Wenn wir uns jetzt zwischen A und B befinden, mit diesem x-Wert hier, dann integrieren wir diese Dichtefunktion. Wir hängen noch ein t hinten dran, weil es ja eine konstante Zahl ist. Und dann setzen wir für das t die Grenzen von x bis A, oder von A bis x ein. Also erst die obere Grenze, das x, und dann die untere Grenze, das A. Ja, kurz gesagt, es bleibt über x minus A geteilt durch B minus A, wenn wir uns innerhalb des Intervalls von A bis B befinden. Und sollte das x, was wir hier einsetzen, größer sein als B, na dann haben wir die gesamten Wahrscheinlichkeiten, die wir auf dem Weg von minusunendlich bis dorthin addiert haben, schon mit drin. Also wir haben einmal all die Nullwerte bis zu A hin, wir haben die 100%, die innerhalb dieses Bereichs liegen. Und alle Nullen, die dann noch dazukommen, naja, erhöhen die 100% dann nicht weiter. Es bleibt 100%, wenn das x größer ist als B. Das, mal kurz gesagt, ist die Verteilungsfunktion der stetigen Gleichverteilung. Und wenn du jetzt noch in die Formeln, die wir uns allgemein angeschaut haben, für den Erwartungswert und die Varianz einsetzt, dann kommst du auf folgende Werte und du solltest das nochmal als kleines Training für dich selbst mitnehmen. Für den Erwartungswert B plus A geteilt durch 2 und für die Varianz B minus A in Klammern zum Quadrat durch 12. Das würde sich ergeben, wenn du ganz allgemein deine Dichtefunktion in die Formeln für Erwartungswert und Varianz einsetzt. Nochmal, mach das bitte als kleines Training für dich selbst und dann schauen wir uns im Folgenden direkt ein kleines Beispiel zur stetigen Gleichverteilung an. Gegeben ist eine lineare Funktion, Groß F von x, im Intervall von A bis B. In der ersten Teilaufgabe sollen wir jetzt diese beiden Parameter A und B so bestimmen, dass es sich bei diesem F tatsächlich um die Verteilungsfunktion einer stetigen Zufallsgröße handelt. Verteilungsfunktionen haben drei definierende Eigenschaften. Erstens, sie müssen stetig sein oder zumindest einseitig stetig sein, aber das ist erfüllt, denn innerhalb des Intervalls haben wir eine lineare Funktion und außerhalb haben wir konstante Funktionen. Check, einseitige Stetigkeit haben wir. Zweitens, es muss sich um eine monoton wachsende Funktion handeln. Gut, innerhalb des Intervalls haben wir eine lineare Funktion, die sogar streng monoton wachsend. Außerhalb haben wir konstante Funktionen, das heißt insgesamt ist sie monoton, also auch checkt, das ist ebenfalls erfüllt. Und die dritte wichtige Eigenschaft ist, wenn wir keine Wahrscheinlichkeiten aufsummieren, landen wir bei 0 und wenn wir alle Wahrscheinlichkeiten aufsummieren, landen wir bei 1, bei 100%. Das ist aber auch irgendwo logisch. Und vor allem diese dritte Eigenschaft können wir uns jetzt zunutze machen, um diese beiden Parameter zu bestimmen. Denn wenn wir jetzt die untere Grenze des Intervalls einsetzen, von dieser linearen Funktion, haben wir a geteilt durch 6 minus 1 Drittel und da muss gleich 0 bei rauskommen. Denn es ist ja so, dass die Funktion außerhalb des Intervalls, also insbesondere unterhalb von a, konstant ist. Wir wissen aber auch, wenn wir x gegen minus unendlich laufen lassen, also wirklich nichts aufsummieren, dann landen wir bei 0. Und wenn sie doch jetzt aber konstant sein soll, bis hin zu a, na, dann muss sie bis hin zu a bei 0 bleiben. Und erst ab a fängt sie an zu wachsen. Deswegen haben wir an der Stelle a den Funktionswert von 0. Und an der Stelle b, haben wir b geteilt durch 6 minus 1 Drittel, da muss gleich 100% bei rauskommen, denn damit haben wir alle Wahrscheinlichkeiten erreicht, die es gibt. Wenn wir danach nur noch eine Konstante, wenn sie danach konstant bleiben soll, bis in die Unendlichkeit, und wir wissen, in der Unendlichkeit nimmt sie den Wert 1 an, ja dann auch insbesondere an der Stelle b. Und aus diesen beiden Gleichungen heraus können wir direkt a und b bestimmen, indem wir umstellen, indem wir rechnen, plus ein Drittel und dann noch mit 6 multiplizieren, dann haben wir a gleich 2. Und ja, 4 Drittel mal 6, das sind wir bei einer 8. Und wir können auch gerne nochmal aus Spaß diese Verteilungsfunktion im Allgemeinen aufschreiben, um wirklich diesen Überblick zu behalten. Wie sieht die denn ganz konkret aus? Denn die ist ja nicht nur im Intervall von a bis b definiert. Im Intervall von a bis b, also wenn x sich zwischen a und b befindet, dann haben wir hier dieses x minus 2 durch 6. Ich habe direkt mal erweitert auf den Hauptnenner 6, hier mit 2 multipliziert. Aber wenn wir uns unterhalb von dem a befinden, dann haben wir gesagt, handelt es sich um die konstante Funktion 0. Na, denn wie gesagt, bei Minus und Endlich sind wir bei 0. Und wenn sie konstant sein soll, bis hin zu dem a, dann muss sie auch dort immer noch 0 sein. Und wenn sich das x jetzt aber oberhalb von dem b befindet, dann sind wir bei 100%. Na, denn bis in die Unendlichkeit, Grenzwert gegen Unendlich, da haben wir dort am Ende eine 1 raus. Und wenn sie ja konstant sein soll, dann auch bis zum b hin. Das ist der Grund, wie wir eben dieses a und b gerade berechnet haben. Gut, jetzt können wir a und b, wie gesagt, was wir gerade ausgerechnet haben, dort noch einsetzen. In der zweiten Teilaufgabe ist jetzt die Dichte-Funktion gesucht. Das ist spannend, weil wenn wir eine Dichte-Funktion haben, das haben wir gerade davor gemacht, dann können wir durch Integrieren auf die Verteilungsfunktion kommen, wenn es eine integrierbare Dichte-Funktion ist. Also Dichte-Funktion integrieren, haben wir Verteilungsfunktion. Um von der Verteilung zurück auf die Dichte zu kommen, machen wir das Gegenteil vom Integrieren. Wir leiten ab. Also, wenn wir jetzt unsere Verteilungsfunktion ableiten, kommen wir auf die Dichte-Funktion zurück. Gut, diese minus ein Drittel abgeleitet fällt beim Ableiten weg. Und bei x Sechstel, da bleibt die 1 Sechstel als konstanter Faktor stehen. x abgeleitet ist 1, brauchen wir nicht mehr schreiben. Das heißt also, 1 Sechste haben wir innerhalb des Bereichs von A bis B. Oder, gut, wir können jetzt A und B, wie gesagt, auch konkret einsetzen. Ich lasse das jetzt hier allgemein stehen. Wir wissen ja, was A und B sein müssen. Für andere A und B-Werte haben wir eben keine Dichte-Funktion und auch keine Verteilungsfunktion. Also es ist wirklich zwingend notwendig, dass das unser A und unser B ist. Und außerhalb, da haben wir die konstante Funktion von 0. Egal, ob wir jetzt 0 oder 1 ableiten, abgeleitet ergibt es eine 0. Und das, was hier steht, konstante Dichte-Funktion innerhalb eines Intervalls, das haben wir nur bei der stetigen Gleichverteilung. Das heißt also, wir können direkt daraus Schlussfolgerung oder vielleicht sogar aus dem Titel dieses Videos hier, dass es sich hierbei um eine Gleichverteilung auf dem Intervall von A bis B handeln muss. Gut, jetzt setze ich es mal ganz konkret ein, 2 bis 8, um auf eine wichtige Sache aufmerksam zu machen. Wenn du mal eine Gleichverteilung mit anderen Parametern hast und wenn nur eine der beiden Grenzen anders ist, dann handelt es sich um eine andere Verteilung. Ja, also nur weil es beides stetige Gleichverteilungen sind, sind es nicht dieselben Verteilungen. Nur wenn auch die Parameter übereinstimmen, dann sind es dieselben Verteilungen. Das ist ganz wichtig, dass du dir das merkst. Also eine Verteilung ist unter anderem eindeutig durch ihre Parameter bestimmt. Ja, also was das für eine Verteilung ist, zusammen mit ihren Parametern. Und daraus können wir auch direkt Schlussfolge in den Aufgabenteil C, dass der Erwartungswert gleich B plus A durch 2 ist, also gleich 5. Und die Varianz ist gleich B minus A, in Klammern zum Quadrat, geteilt durch 12. 8 minus 2 ist 6, 6 Quadrate sind 36, 36 durch 12 ist eine 3. Na, das passt ja mal wieder ziemlich gut. Ich möchte damit aber auch nochmal klar machen, dass wenn du wirklich erkennst, dass es so eine Verteilung mit Namen ist, also die wirklich so besonders ist, dass sie öfter mal in der Realität vorkommt. Deswegen habe ich sie hier mit aufgeführt, in der ganzen Liste. Und darüber reden wir auch speziell über diese Gleichverteilung. Dann nutze auch die vorgegebenen Eigenschaften, wie Erwartungswert, Varianz, nutze die Verteilungsfunktion oder auch das Wissen über die Dichte-Funktion. Du darfst das Ganze benutzen. Es wäre aber natürlich schön, wenn du trotzdem nochmal zum Training ganz allgemein für allgemeine Parameter A und B, Erwartungswert und Varianz so herleitest, wie wir uns das auch allgemein mit den zugehörigen Formeln angeschaut haben. Bis dahin erstmal viel Spaß und bis zum nächsten Video. Hey, ich hoffe, das Video hat dir gerade gefallen. Wenn du dich demnächst auf eine Matheprüfung vorbereiten musst, dann schau unbedingt mal unter diesem Video nach. Ich habe dort mehrere von meinen Online-Kursen verlinkt, die dich bestmöglich auf deine Matheprüfung vorbereiten. Wenn dir das Video weitergeholfen hat und du mich in Zukunft unterstützen möchtest, dann erzähl einfach deinen Kommilitonen, deinen Freunden und deiner Familie von mir und abonnier den Kanal. Danke dir. Danke dir.